Wieso ist das kein Strom? Ich bin dumm. Kein Strom? Ich hab die wahrscheinlich nicht angeschlossen. Ja. Ich suche ja, okay. Das war einfach nur eine Lücke. Man kann sich in der Legende ja Stromnetz angucken, und dann siehst du mal ganz schnell, wo so eine Lücke ist. Oh ja. Na fack. Irgendwie finde ich die Nachtvision echt scheiße, ey. Ich bin... Ich mag die auch nicht so gerne, aber ich hab die trotzdem drin. Ich nehm die jetzt mal raus. Oh, Eisenerz, Leute! Ja, was ist hier? Markier. Wo? Wo? Da unten? Ja, markier, der braucht nur draufklicken. 9 Millionen! Ja, Mann! Und da unten ist sogar Kopenführer. 9 Millionen? Das ist so ein billiges Viertel da unten. Das ist doch voll wenig. Oder? Ja, ja. Und halt abgeschnitten. Also... Was soll die Scheiße? Ja, irgendwie haben wir ein richtiges Problem, ne? Allein, guck mal, wie eklig kohle ich von oben abgeschnitten bin. Ja, unser scheiß Anlag, Alter. Das ist das Problem. Das ist nur, weil du dabei bist. Das Anlag ist wirklich das Problem, Alter. No Frontier. Ich such schon so in Ewigkeiten nach Eisen. Ich find einfach nur so Kleckerbeträge, ey. Das ist... Klecker! Klecker! Meine Nase läuft wieder. Daniel läuft bei dir! Ja, legit. Ich könnte das eigentlich noch weiter bauen. Stefan! Stefan war ein Starborn! Was? Hä? Was? War ein Starborn, du Nacken. Ich hab den groben Schnitt fettet, aber... Wir können... Wann aufnehmen? Part 2? Also heute wahrscheinlich nicht, weil... David fragt jetzt ja, wo ich bin. Chill erstmal. Wir haben nicht mal die erste Folge hochgeladen, Alter. Ja, also wir haben hier langen Puffer, das find ich gut. Ja, wollt grad sagen, Alter. Chill doch erstmal. Das ist ein zeitloses Video. Ja. Wie würdest du jetzt aufhören, oder das? Äh, gleich. Wie lange wollt ihr, Stefan Sönke, wie lange wollt ihr noch? Ich will... Äh... Hype maximal. Ja, dann können wir... Wir können das ab Hype so ein bisschen ausfegen lassen. Oder bis wann wolltest du aufnehmen? Ruhig. Ich hab Zeit. Sadie... Sadie hat wirklich Zeit, der Penner. Ja. Was für'n Sack. So. Ich würde auch gerne so... ...sehr, sehr lange Urlaub haben. Ja, aber wieso... Wieso geht ihr denn jetzt online? Also ich würde... Wieso gehen wir online, was? Ich würde jetzt noch Abendessen... ...so, aber... ...eigentlich hab ich Zeit. Ich hab nur Hunger gerade. Das kann ich mit ner Pizza ändern. Oh Gott. Füße. Das mit dem Stromnetz ist voll satisfying anzusehen. Da hat grad einer geschrieben... ...Luxemburg mit Lichtenstein verwechselt... ...und ich hab jetzt grad nochmal gegoogelt... ...und ne, ich glaube... ...Luxemburg ist schon richtig. Was? Habt ihr darüber geredet? Ich guck... Ja, hast du grad nicht zugehört? Nö. Ich war beschäftigt mit mir selber. Weil Luxemburg eine konstitutionelle Monarchie... ...und wer... ...also wer hat das denn behauptet? Ach, darüber habt ihr geredet. Ja, okay. Dass wir eine Demokratie sind. Sagen das Luxemburger? Nee, das war in ner Doku. Da wurde einfach mal drüber geredet. Ey, was ist eigentlich in Luxemburg so? Von wegen, ey, da hört man immer wenig drüber. Ist so ein kleines Land. Einfach mal so, dass man weiß, was es denn da so ist. Staatliche Struktur, Monarchie, Demokratie. Wenn ich guck dir mal das an, was ich markiert habe... ...da gehen die Roboter hin und wieder zurück... ...ohne einen Grund. Also mehr gesagt, die wollen wahrscheinlich irgendwas hinliefern... ...merken dann Hälfte des Weges, dass es nicht mehr klappt... ...und gehen dann wieder zurück. Äh, das werden die ganzen Lärmfelds sein. Nee, die gehen ohne... Gehen die ohne Items drin? Also Demokratie ist aufgelistet. Aufgelistet? Ja, bei äh... ...staatliche Struktur, Monarchie, Demokratie. Ja... Ist auch nicht so wichtig. Wenn du nur sagst, ja, das sind Demokratie... ...ja, nicht so ganz. Sag mal. Ist eine parlamentarische Demokratie... ...in Form einer konstitutionellen Monarchie? Als Überbegriff ist es aber eine Demokratie. Als Überbegriff ist es aber eine Demokratie. ...und dass man das nicht differenzieren sollte... ...oder dass man das nicht differenzieren sollte. Ich hab da... ...ich hab doch schon meinen Punkt klar gemacht... ...bei der Sache, oder? Ja, also... ...brauchen wir doch jetzt nicht sagen... Komm, lass uns einfach Demokratie sagen. Dann lass uns doch bei dem alten Punkt einfach bleiben, oder nicht? So, hä? Wenn die das behaupten wollen... Bei Politik kann man sowieso nur verlieren. Also ich weiß nicht, warum die da runterfliegen, weil... ...das ist doch auch nichts, was die... ...wegen den paar Bäumen, oder was? Also die haben ja nix... Ach da, wegen... Ah! Wegen die Munitionssachen. Das wollen die abbauen. Das wollen die haben. Oh mein Gott, es gibt ja noch krassere Abwehrkapseln. Also Verteidigerkapseln. Ja, ist die Frage, ob die besser sind. Also man braucht, um die anderen zu bauen, Verteidigerkapseln. Ja. Und die andere braucht die anderen. Guck mal auf den Schadenstyp. Wahrscheinlich muss man die noch erforschen, oder? Ja, ne. Oder sind die schon... Die werden nicht stärker. Die werden nur mehr. Ach so. Das Ding ist, Verteidigerkapseln machen physischen Schaden. Und die ganz anderen Kapseln... Also die haben auch eine höhere Feuerrate, muss man auch sagen. Und die anderen Kapseln machen dann erstmal Laserschaden und danach elektrisch. Und durch die ganzen Upgrades, die wir hatten mit den Kugeln und Ammo und physisch, sind die Verteidigerkapseln halt durch den Mod extremst stärker geworden. Und mein Test, den ich in Singleplayer immer gemacht hatte mit den anderen Kapseln war, dass die gar nicht so stark sind. Also da gar nicht so viel besser. Hallo. Aber Vanilla? Oh Leute. Oder kommt es darauf an, gegen wen man kämpft? Warum gibt es denn hier ein Limit? Generell einfach. Jetzt durch den Mod haben natürlich verschiedene Arten andere Resistenzen. Also die Blauen zum Beispiel haben... Haben einen sehr hohen elektrischen Widerstand. Also 71% Rüstung oder Elementarwiderstand gegen elektrisch, aber nur 12% gegen physisch. So, also gegen die blauen Dinger solltest du nicht mit elektrischen Waffen kämpfen und so. Das macht halt wenig Sinn, wenn du nur 70% Schadensvergängerung hast. Ja, das ist dann ein bisschen Immunität, ne? Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Ja, guter Punkt, dass einfach ChatGPT entscheiden. Finde ich auch, weil ChatGPT hat ja noch nie eine Falschinformation gegeben und ist auch generell immer richtig. Finde ich auch richtig, das in so wichtigen Fragen einfach ChatGPT zu fragen. Ja, natürlich. Okay. Boah, Demokratie mit ChatGPT, was soll ich machen? Ja. Da können so viele Falschinformationen drin sein, das ist nicht, das ist noch nicht so gut. Naja, Punkt war Lichtenstein, weil in der Doku ging es um Lichtenstein. Ich weiß jetzt nicht welche von denen, deswegen kann ich dir jetzt, kann ich dir jetzt nicht sagen welche das war. Ich hab die jetzt nicht parat. Oh mein Gott. Oh, Junge. Neue Tipps, Montagemaschinen. Neue Tipps, Montagemaschinen. Ich würde es aber mal, ich würde es deswegen einfach mal offen lassen, welches von den beiden das war. War ein kleines, kleines Nachbarland quasi. Kann auch Lichtenstein sein. Da finde ich einfach mal so generell den Punkt geil, wenn man sagt, ist ja alles gut. Aber, dass es so ein Veto-Richt immer noch gibt, nicht crazy. Ey, wir haben so viele Lieder unten. Wenn ich es mal angucke, denke ich mir, ach du Scheiße. Da würde ich gerne mal reinbuttern. Da würde ich auch gerne mal reinbuttern. Aber mit den krassen Lasern, so richtig. Wir stacheln die auf und dann rein da. Als ob das Entschuldigungsschreiben für Gollum mit... Als ob... Nee, aber also... Soll wohl alle Probleme lösen. Ah, 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 ja. Setti, ich hab jetzt... Gollum war so ein Kackspiel. Gollum war so ein Kackspiel. Oder ist ein Kackspiel. Ist Kacke, ja. Hier unten. Ich hab jetzt nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich hab so nebeneinander gesprochen. Der Kommentar. Ja, ich weiß. Aber Sönke hatte noch grad was gesagt. Ah, Kohl hast du fertig. Ah, sehr schön. Also das haben wir... Das haben wir... Uran fehlt noch. Ja, machen wir noch Uran, würde ich sagen. Ja. Wo wollen wir denn das Atomkraftwerk hinbauen? Habt ihr da einen Wunsch? Ist das wichtig? Oh, ich will mitentscheiden. Und schon mal. Wie viele baut man denn so? Also, ich bin ganz ehrlich. Ich würde das gerne am liebsten hier machen. Weil da ist nix. Und falls da mal was passiert, betrifft das unseren Bereich nicht. Ich hab auch ne Idee. Muss nicht sein. Das ist auch relativ abgeschottet, sag ich jetzt mal. Sodass die Creeps und so das auch als letztes erreichen würden. Laut Karte. Ich würde gerne tatsächlich in der Nase des Skelettes bauen. Des Totenschädels. Kannst du nicht. Ein Film mit Zugverbindung rüber oder was auch immer. Oder dort halt in der Mitte ein bisschen bauen. Verstehe ich. Äh, ich setz mal ganz kurz das Blueprint hin. Einfach damit man die Dimension weiß, ja? Okay. Kann sein, dass es jetzt nicht reicht oder zu klein ist. Wahrscheinlich zu groß. Wo, wo, wo willst du das platzieren? Unten. Gleich unten. Ich platziere das mal eben da hin, ja. Ui. Ui? Sieht aus wie ein Ventilator. What the hell? Der ist noch nix. Hä? Siehst du das schon? Ich, äh, du hast es ausgewählt im Stream. Ach so, im Stream siehst du es. Ah ja, okay. Deswegen. Mein Gott. Ja, ich mach Stream-Sniping, ja. Ach scheiße, das, ah scheiße, das darf ich da gar nicht. Weil da kein Radar ist, sieht man das nicht. Ach scheiße, jetzt ist da so ein Ding und... Äh. Äh. Moment, ich mach's daneben, ja. So. Hopp. Hier. Wow, das sieht aus wie ein dickes Kunai. Nicht Kunai, sondern hier wär's das, dieser Sterne. Ah, das würde schon gut sein. Hm? Ja, in der, in der Nase. Ich setz es mal im Stream in die Nase rein. Ja. Es würde passen. Das sieht aus wie ein Ventilator. Es würde passen, dort wo ich markiert habe, oder dort wo Dima markiert hat. Ja, wo Dima markiert hat, ins Wasser. Ja, das würde ich dann auch sagen. Links würde es auch passen. Ein bisschen enger, aber würde auch gehen. Ja. Aber lass das doch dort machen, da haben wir auch genügend Wasser. Das heißt, wir können dann auch schon mal das Wasser dort irgendwie platzieren. Mhm. Mhm. Ähm. Dass wir das dann nicht extra transportieren müssen. Ja. Oder, oder brauchen wir da Wasser? Doch, wir brauchen dafür Wasser, ne? Ja, ja. Wir brauchen, äh, rund um das Blueprint ist überall Eingänge für Wasser, die gebraucht werden. Ja. Das ist auch gar nicht so wenig, da hab ich lange für gebraucht, um die ganzen Sachen zu verbinden. Ähm, aber das, äh, muss auch gemacht werden. Hat das du gemacht? Nein. Aber das kann man dann ja, das kann man dann ja wirklich perfekt im Wasser machen, weil man dann rundherum wirklich ja diese Pumpen nehmen kann. Ja. Also Lernfilz ohne Ende. Machen wir Lernfilz da hin. 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 Ja, ja, natürlich. Warum denn? Ja, ich, 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 ja. Ich meine, wie lange dauert der Stream? Ist doch nur 4,5 Stunden. Fork. Oh, hast recht. Kürzeste Aufnahme ist ja schon bis jetzt. Wie, die kürzeste? Ja, die kürzeste. Ach. Weiß ich nicht. Halte ich nichts von. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, du. Fake News. Muss das, Digga. Chat, Chat, GPT. Hätte ich was anderes gesagt, ja. Ich frag mal gleich, Chat, GPT, wer ist Cedric? Cedric ist ein klasse PUBG Spieler mit 293. Ich würde sagen, das sagt, es ist ein Name. Ich würde sagen, der sagt, das ist eine Kinderserie. Nein. Wenn ich frage, was ist Cedric? Ja. Also, wer ist Cedric? Ist das nicht der kleine Prinz oder so? Ach, keine Ahnung. Boah, was? Keine Ahnung. Ich glaube, vom Namen her ist das am bekanntesten so. Keine Ahnung. Und ich denke mir so, wer hat das nie geguckt? So, warum nicht? Das ist so ein, ich weiß nicht, irgendwas Altes. Wo sind denn die Lernfields nochmal? Ich habe die gerade alle mitgenommen. Ähm, jetzt einmal ganz kurz, was jetzt einmal gemacht werden muss. Hier eine Straße rüberbauen. Bin ich gerade vorbei. Ach so. Habe ich gerade im Moment, wenn ich einen Auftrag. Da merke ich mich schon. Ey, mach doch nicht hier alles kaputt. Können wir das Auto kaputt machen, ganzen Lernfields weg. Gehör was auch forschen eigentlich? Oh ja, wir können also forschen. Bremskraft. Wir haben jetzt so viel Stein, wir könnten auch mal eine größere Lernfield-Produktion da hinten machen, ne? Oder das ein bisschen beschleunigen. Das wäre auch eine schöne Sache, die schnell aber viele Sachen bringen würde. Bei Stein, ne? Ja. Wo hast du gepinkt? Ich habe irgendwo gepinkt. Aber hier kann ich gepinken. Da kommt ja Stein und dann geht es da oben in so ein paar Lernfields rein. Das kann man mal ein bisschen größer machen. Wenn wir hier ein bisschen Platz, da die Belts upgraden und richtig viel Stein rum reinpumpen lassen, damit das zu Lernfields verarbeitet wird. Weil davon brauchen wir ja tonnenweise. Die Schmiermittelpipe kannst du ja nach oben verlegen. Hm? Aber dann am besten nicht per Roboter dort oben alles hin transportieren, sondern wirklich per Bel. Weil sonst ist es also... Aber Stein ist da ja schon per Bel. Ah, okay, gut. Das wird nur abtransportiert, die Lernfields per Roboter. Ähm... Alter, du willst auch irgendwie übertreiben immer mit den, äh, hier mit den Solarpanels. Oh, was Übertreibung. Also ich finde, das ist, das ist based. Das ist einfach nur langfristig gemacht. Ich hab doch mal Uranöl gefunden. Äh, und zwar hier unten. Also Öl ist da eigentlich mehr das... Oh ja. Ja, das ist sehr gut. Dass wir schon mal wissen, wo Öl ist, falls uns das ausgeht. Was im Moment noch lange nicht der Aussicht ist. Also wir haben da noch, äh, 22.000%. Das ist noch lange genug. Und da unten wäre auch nur 12.000%. Lol. Da unten ist weniger, als wir oben haben. Aber das ist eine richtig geile Uranquelle. 54 Millionen. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, ne? Ja, da müssen wir halt irgendwann hoch, ähm, noch weitergehen. Aber ich glaube, bevor wir erstmal expandieren, machen wir das, was wir hier können. Mehr Belts, mehr Produktion, ähm, Uran, Solar ausbauen. Ähm, und halt, wenn wir expandieren, dann auf jeden Fall Eisen. Also erstmal das da. Äh, dass wir Eisen expandieren, aber den Rest erstmal außer Acht lassen. Ja. Ich glaube, das ist erstmal eine gute Sache. Und dass wir natürlich erstmal das hier clearen. Ja, das machen wir dann mal, falls du am Tag nicht da bist. Oder ich einen neuen PC habe. Ja, oder du einen neuen PC hast. Alter. Das ist ein fettes Gebiet. Okay. Weil ich glaube, dass jetzt, wenn wir das machen, wenn du da bist, ich glaube, dann bist du trotzdem nicht da. Ja. Dass wenn du da bist, bist du nicht da. Schön. Ja, es könnte auch sein, dass, äh, mitten der Aufnahme oder mehr gesagt, äh, bevor wir komplett fertig sind, ist bei mir nicht mehr funktioniert und wir daher dann halt abbrechen müssen. Oder ihr das alleine zu Ende spielen müsst. Geht ohne mich weiter. Ich lege zu viel. Ja, ich hoffe, dass mit den Bärls, äh, ist nicht, äh, also das, das kommt nicht wegen den Bärls, weil... Nee, nee, das kommt einfach wegen den ganzen vielen Objekten. Mein CPU ist halt komplett ausgelastet. Meine Grafikkarte kann das alles, äh, prima machen, aber... Ja. Ja, ich hoffe nur nicht, dass halt diese, die Mod-Sachen da nochmal zu beitragen. Das kann ja gut sein, dass es halt generell schon sehr gut optimiert ist, aber durch die Sachen halt dann auf keinen Fall mehr. Nee, nee, das, das, nee. Also ja, teilweise schon, also es würde ja nicht diese, wie, wie heißen die, ich will die immer Creeps nennen, aber die heißt nicht Creeps, die heißt Creeps. Ähm, es liegt natürlich auch an den Byter, weil die so viel existieren und sich so viel bewegen und die ganze Zeit mit Massen angreifen, so ist das natürlich nicht. Ja, die haben ja viel mehr Intelligenz als im Basegame, das heißt, die haben auch viel mehr Rechenleistung, die die brauchen, um zu berechnen, wo die hinwollen, was die machen wollen, etc. Das ist ja viel mehr. Ja, ne, wenn du jetzt da unten die Lilanen anguckst, wie viele kleine, kleine Viecher das sind. Und jedes dieser Viecher hat ja ein Ziel, irgendwo hinzugehen und berechnet das immer wieder neu und sagt, ey, ich will jetzt da hingehen, ah, da kann ich nicht hin, ich gehe jetzt hier hin. Das ist ja was anderes als ein Roboter, der sagt, ich will von hier nach da. Ja, eigentlich, das alles, also wenn das optimiert ist, ist das alles auf Serverseite, das heißt, du berechnest das alles, aber wo die dementsprechend hingehen, also die Position und weiteres, du musst ja immer so sehen, jedes Objekt hat immer eine Position und diese Position wird mir übermittelt. Und wenn das halt zu viel wird, stürzt halt mein Rechner ab. Mhm. So, und das ist das halt, ne? Ja, ich habe halt nur manchmal die Vermutung, dass es halt in Durchsinn-Moddinger nicht so richtig optimiert ist. Ja, klar, aber ist gut. Da kannst du dann ja eventuell noch ein paar Radars aufstellen. Ja, ich brauche ich noch mal. Ja, kommt die denn jetzt wenigstens ein bisschen weiter? Oder sind die immer noch zu doof? So, ich lieferte 51.000. Allein fühlt es nicht. Die sind echt mangelbarer. Übrigens, das, was wir gerade erforschen, ne, das ist wichtig, weil wir durch mehr Bremskraft können die Züge schneller oder länger noch die Höchstgeschwindigkeit halten. Mhm. Vielleicht sollten wir auch noch mal Bergbaustufe Produktion 3 nochmal upgraden. Das ist echt viel, was wir dafür brauchen, aber es könnte sich eventuell richtig krass lohnen. Es ist echt ein Vorteil, wenn die Züge kleiner sind, ne? Also mit zwei Waggons, weil der Bremsweg dann ja auch viel kleiner ist, wenn du einen großen Zug hast. Ja, und die beschleunigen auch schneller. Das ist für den Anfang auf jeden Fall gut. Wenn man die Bremskraft erforscht hat, kann man wahrscheinlich ein bisschen mehr, also längere Züge machen, ne? Äh, ja, dann bremsen die schneller, aber vor allem beschleunigen die auch irgendwann super langsam. Habe ich dir, äh, diesen Artilleriezug mal gezeigt, den ich mit Dima da hatte? Ähm, den hast du nur abgefeuert, glaube ich. Oder? Wenn das Ding, das ist so schwer, wenn das Ding losfahren möchte, holy shit, das dauert lange. Der, selbst, der ist schon mit, ähm, mit Atomreaktor betrieben, also der ist schon mit dem schnellsten, ähm, Schnelligkeit, wie geht. Und struggle trotzdem. Ja, und der ist trotzdem super schwer, aber der hat auch irgendwie 27 Waggons mit Artilleriewagen, also der ist super schwer. Äh, ja. Dementsprechend kann das lange dauern und das muss halt nicht immer sein. Ja. Also ich glaube, die Lücke macht da gar keinen Unterschied. Verbesserst du die Landfill-Produktion, prima. Ja. Ich habe mich schon gefragt, wieso nichts, äh, produziert wird. Aber es wird ja bald besser sein, ne? Ja. Wie ist mit Raketenkernstoff? Bist du auch schon, du Nacken. Dankeschön. Ja, im Dima. Gut, äh, wie viel habe ich denn schon? 500, das ist echt erwärmlich. Mach mal schneller, bitte. Tschö. Okay. Noch ein bisschen schön. Ja, ich beobachte dich, alles gut. Queep. Ah, so bin ich. Also so wie es aussieht, sind die Züge schon beladen mit Raketenbrennstoff, aber die fahren teilweise noch mit, äh, Rest, äh, Festbrennstoff. Also so ungefähr 10, 20 haben die noch drin und danach switcht er. Oh, das ist Müll. Dann wird das, äh, sichtbar sein auf jeden Fall. Ja, da muss ich hier drum herum bauen, dann ist das halt so. Solid Fuel hat, äh, eine Beschleunigung von 120% und eine Höchstgeschwindigkeit von 105%. Raketenbrennstoff ist mit 180% Fahrzeugbeschleunigung, halt mal eben 60% nochmal mehr. Und 15, 115% Höchstgeschwindigkeit. Das wird, glaube ich, ja, merklich sein. So, kommt da denn genug Stein an? Ich hoffe doch. Ja, ja, ja. Stein wird jetzt genügend ankommen. Also ich könnte doch eine Steinproduktion machen rein theoretisch. Brauchen wir aber nicht, ja. Dann muss ich die Wartestation noch, das reicht erstmal. Stein haben wir genügend. Stein und Kupfer haben wir genügend. Das Einzige, was fehlt, ist Eis. Ja. Das wir nicht haben. Also das ist halt wirklich suboptimal. Ja, wow, im Norden ist gar nichts, gell? Außer Kupfer. So, Leute, ich warfschwimm mich aber auch. Oh. So, Stein ist gut. Am Machen. Ja. 133 Millionen, toll. Ich könnte hier noch ein paar Drei einsetzen lassen, bestimmt viel Festland. Fäße einfach viel ansteigen. Egal. Alter, von wo kommt ein Stein ganz hinten her, ey? Von hier? Na gut. Wie gesagt, Leute, ich verabschiede mich. Ja, bis denn, Dima. Tschüssi. Na, so, P. Ciao, Mint. Ciao an alle. Tschüssi. Und, ja, ihr natürlich auch, ihr Schweine, ne? Cedric, Sönke, Stefan. Ja, ja. Ja, ja, ja. Viel Spaß beim... Ja, beim weiß ich nicht machen, was auch immer. Gut, Leute, ne? Hättest du auch noch online bleiben können. Ja, 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 ja. Du weißt es ja selber noch nicht mal. Der Stream geht fast fünf Stunden. Ich muss auch noch was anderes machen. Na gut, Leute. Ein paar düdeln. Ein bisschen düdeln, genau. Dann, auf Wiedersehen, Jo. 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 Bis die Tage. Yes, Jo. Tschüss. Tschüss. Okay. Okay. So. So, jetzt können wir das dann. Boah, endlich ist der weg, Mann. Alter. Er hat so gestunken. Jetzt ging die mal bis hier, wenn der da ist. Ja. Oh, shit, das funktioniert hier gar nicht, weil da keine Verbindung ist. Ja, das fixen wir doch mal eben schnell. Jetzt lass mal Auto fertig. Wo man das immer sagt in Faktorio. Ja, lass mal eben ganz kurz fixen. Das macht man dann immer 30 Mal. Ich hab doch schon Auto. Hier wird dasselbe Problem sein. Ich hab jetzt noch mal die Bindung rein. Lass die Sprache falsch mit Zug. Das geht am schnellsten. Ich finde das schade, dass man kein Blueprint mit, also dass man sozusagen ein Blueprint mit einem Zug, wo schon Kohle und weiteres drin ist, erstellt und das dann halt automatisch so ist und dass man das nicht immer selber generieren muss, sondern dass es halt automatisch ist. Verstehst du, was ich meine? Meinst du die Anweisung im Zug selber, also wo er hinfahren muss? Ja, genau. Richtig, ja. Ja, das kannst du halt nur von Zug zu Zug kopieren, ne? Ja. Das ist halt wirklich so. Das ist halt wirklich ärgerlich, muss ich sagen. Ja. Aber ich kann es ja auch verstehen, weil das ist halt echt schwierig auch umzusetzen, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin. Ich glaube, das geht auch. Also wenn ich jetzt mal einen Blueprint mache, ja? Und da ein Zug mit drin ist, wie jetzt hier gerade beim Stein, dann kann ich das Blueprint machen, ne? Und der hat ja am Anfang, zeigt ja auch einen Zug, ah ja. Und dann gehe ich in das Blueprint rein und dann kann ich noch den Haken setzen bei Züge. Und dann ist der Zug mit im Blueprint drin. Ist nur die Frage, ob da dann auch die Anweisungen drin sind vom Zug. Du kannst zum Beispiel auch einen Namen der Zughaltestelle mit kopieren. Das müsste ich eigentlich mal ausprobieren, ne? Und den mal machen. Über den machen wir einen Zug rein. Ich will einen herstellen, ich mache so viele Züge per Hand. So. Äh, bin ich blind. So, dieser Zug hat... Hat irgendwas hier so mit drin, mit innerlich und keine Ahnung. So. Das Ding kopiere ich jetzt als Blueprint mit Zügen und stelle jetzt in Blaupause hin. So. Ja, lässt sich kopieren. Lässt sich einfach kopieren. Also du kannst eine Station mit Zug gleichzeitig, also ein Zug kann mit im Blueprint sein und die Befehle vom Zug können auch mit kopiert werden. Okay. Im Blueprint selber. Ich muss da aber direkt beim Blueprint halt auch mit hinterlegen, dass du da quasi sagst, ja, auch Züge. Das ist nicht Standard. Dafür starten wir jetzt. Zuphyric Acid brauchen wir. Ja, wofür fange ich das denn ab? Ist da überhaupt eine gute Projektion dafür? Okay. Okay. Stefan, hast du das gekappt gerade hier? Ja, ich muss das wieder hinstellen. So. Das läuft noch nicht auf 100%. Nee. Aber ist auch egal. Da brauchen wir noch mehr, noch bessere Bills, ne? Okay. Ich sollte aber jetzt genug Lärmfelds haben mit der Pür dabei. Das war jetzt das mal. So viel brauche ich jetzt auch nicht. Ist schon okay. Hat nur ein bisschen gedauert jetzt. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte nach Ost. Dann nehme ich den Zug für Koffer. Ich kann gerne mal stehen bleiben. Das müssen wir aber eigentlich auch haben, ne? Wenn ich hier nochmal... Schaut auf mich, Zug. Du gut. Stopp. So. Jetzt bitte... ...zu Kofferloading. Hier fragt gerade einer, was wir so arbeiten oder studieren. Fragt für einen Freund. Den Freund würde ich mal wissen. Ich bin bei der Post. Ich bin eine nette Postbote. Also DHL halt. Ja. Ja, halt auch mit Briefen und so, ne? Ich mach alles. Ja, ist ja dasselbe. Also DHL ist ja der... Wie es richtig heißt. Und nur in Deutschland heißt es noch Post. Aber... Ja, okay. Das ist ja... Ich bin halt in Deutschland, ne? Ja. Wir sind hier immer noch in Deutschland. Äh, ja. Ich mach irgendwas mit E-Commerce. Ich glaub, das ist ne gute, allgemeine Fassung. Man weiß nicht... Ist so typisch. Man weiß nicht wirklich, was man macht. der Berufsname ist schwierig. Das ist was Schwieriges zu sagen. Ja, IT. Genau. Und du so, Mint? Ja, stimmt. Verkaufst du hier Minze und so, Mint? Oder? Ja, hoffentlich Weihnachtsgeschäft wird nicht so viel. Mal sehen, ne? Ja, das ist fucking anstrengend. Aber naja. Du warst doch letztes Jahr auch schon, ne? Ja, da hab ich angefangen. Ja, perfekt. Richtig dumm. Ja, perfekt. Einfach mal direkt zum Weihnachtsgeschäft. Seit Corona bestellt eh jeder alles. Und Temu, das neue Phänomen. So ein Drecksladen. Ja. Das ist auch ein Geschäftsmodell, ey. Weile ich einfach nur. Die sammeln doch eigentlich nur Kundendaten, oder nicht? Ja. Und die machen doch Minus mit den Lieferern, mit den Produkten, aber die wollen einfach nur Kundendaten haben. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, aber irgendwie machen die 60, 80 Euro oder 20 Euro Verlust mit jeder Bestellung. Das ist ein krasses Investment, was da China raushaut, ey. Aber anscheinend ist es das ja wert. Meine Fresse. Softwareentwickler ist mit. Okay. Oh, das ist interessant. Kollege von Sünke. Frau Kollegin. Ist ja nicht genauso. Mitkönig alles an. Ja, also halb. Halber Kollege. Ach, Systeminformation. Du hast eben nur IT gesagt, deswegen... Ja, ist ja auch richtig, ist ja auch richtig. Wenn wir sagen IT, Kollege. Ja, das stimmt. Kennt ihr euch auch? Auf jeden Fall. Weil ihr beide IT macht, also kennt ihr euch? Die Welt ist ja klein, ne? Ja, das ist so ein typischer Fehlschluss, was viele Leute haben. Ja, ja, die denken so, IT ist vielfältig, aber nee, eigentlich sind es nur zwei Leute in Deutschland, die das machen. Das ist ein Dörfchen. Sünke und Wind. Mehr gibt's gar nicht. Der berühmte... Es kann nur zwei geben. Die Regel der zwei. Oh nein! Ah, mit dem Zug bleib hier! Oh Gott, Alter! Komm her! Scheiße! Oh Mann, ey! Junge, wie schnell der beschleunigt! Habt ihr das grad gesehen? Guck dir das mal an, ey! Der fährt mir jetzt mit Raketenbrennstoff. Alter! Also rein theoretisch, also das würde ich mich jetzt mal fragen, hast du den Namen Mint ausgewählt wegen dem Betriebssystem Mint von Linux? Oder hast du einfach gesagt, Mint, geil, hört sich gut an, nehm ich. Er ist ein Sammler. Mint Condition. Haben wir jetzt schon geklärt, dass es ein Er ist oder nicht? Keine Ahnung. Oder sie. Ist doch scheißegal, Alter. Da mach ich keine Unterschiede. Boah, du bist so, du bist so, äh, offen. Lass mal das Blutbind hier entfernen. Scheiße. Ne, nicht wegen dem Betriebssystem, sagt er. Ja, oder sie. Jetzt sag mal, bist du... Mann, jetzt sag doch mal! Er oder sie. Mein Gott. Sagt Mint. Say my name. Oh, fuck, ich bin so doof. Oh, mein Gott. Ich muss mich da hinlaufen wieder. Ich muss jetzt... Produziere 5000 Prozessoren, Einheiten pro Stunde. Schön. Wiggy? Ja, mach ich easy jetzt. Ein Männchen natürlich. Ja. Ja, von der Sorten. Das ist, äh, keine Schande, ein Mann zu sein. Hab ich das jetzt gesagt? Scheiße, das ist aber... Oh, Mann, ey. Immer schlimmer, schlimmer. Shame on you. Ja. Änder doch einfach. Oh, fuck. Wo haben wir denn jetzt hier Landfilts? Wo kann ich mir was abstauben? Ja, bei der neuen Produktion, die ist direkt unter der Alten, glaube ich. Ach so, unter der Alten. Ach ja, das ist ich. Ja, hat er jetzt nur eine Kiste gemacht, das ein bisschen dämlich war. Ja, cancel ihn bitte. Das hat er dringend nötig. Der muss mal ein bisschen Ego, äh, Dämpfer kriegen. Ja, mit seinem Gottkomplex. Ja, er denkt halt zu viel an die Zukunft. Er denkt schon so an eine Milliarde Abonnenten und so und ist völlig, völlig verrückt. Ach so, ich jetzt? Jetzt hab ich den Kommentars gelesen. Scheiße, ich dachte, das wär gerade, ich dachte, das wär gerade, wenn ich in den Kisten auf die Mögel bin. Ja, ich war gerade woanders. Verdammt. Ja, natürlich, ich höre dir auch vollkommen. Ja, ja, ja. Ja. Na klar. Der, der redet auch nur über Abos. Ich redet auch nur über Abos, mein Gott. Ein weiteres Haar, ein weiteres Haar. Ich clear mal hier diese kleine Insel. Die stört mich. Obwohl ich kann auch ein bisschen mehr was. Ja, verstehe ich. Hatte ich auch schon vor, einmal kurz so, aber... Ja. Fliegelachnis. Kam dann wieder was anderes. Ja, ich hab aber andere Sachen gemacht, dann halt. Hab's nicht vergessen. Ich hab's einfach nur nicht so in der Prio. Besetzt. Das ist auch schon ein Dorn im Auge gewesen. Besonders das eine Wurm, der sich auf unseren Land verbrauchen hat. Das ist halt dementsprechend so krass, die Mauer, die wir gebaut haben, die ich gebaut habe, ja, die auch hält, wenn Strom da ist. Ja. Wenn man da die Tode anzieht. 196, 200, ich glaub, ich hab schon einen gesehen mit 300. Das ist halt echt krass, wie viel die schon getötet haben. Hier, 318, 330. Das ist... Das ist schon krass. 357. Also, die haben wirklich ordentlich was zu tun. Ja. Jetzt mal gucken müssen, was die alten Mauern da hatten. Oder die Nordmauer. Da seh ich auch hier ein paar, die haben fast 1000 drin. Besonders die großen Dinger. Oh, die sind auch alle. Unsere alten Mauern. Und diese engen. Ja, war richtig was los. Junge, Junge. Wie denn hier? Es gibt Flecht aus mal Solar und mal nicht, ey. Oh, ich muss... Oh, ich glaube, eine Sache, die, glaub ich, toll ist, ist das Auffanglager für Holz. Ich glaub, das ist überfüllt. Ja, das kann sein. Das kann sein. Ja, ist noch nicht überfüllt, aber es ist schon fast voll. Ja, haben wir Artillerie noch gar nicht sehr veranschaltet? Wir haben noch nix mit Artillerie gemacht, ne. Achso, okay. Hat mich gerade nur interessiert, weil ich gerade auf eine Küste blicke. Und nachdenke. Ich guck so ans Nachbarland. Und schwelge so in Vernichtungsfantasien. Ja, gut, ne. Alles klar. Boah, schwierig. Das ist so eine magerere Ausbeute, ey.